Der Hocker, auf dem ich sitze, ist ein Instrument, nennt man Kachern. Man kann darauf trommeln und selbst der Wandelstab, den der Jan hier mitgebracht hat, ist ein langes Rohr, an dem irgendwelche Ameisen gefressen haben, habe ich gehört. Es wird von Termiten leer gefressen und wenn man es zeitig genug erntet, das ist das einzige Instrument, was nicht gebaut wird, sondern geerntet und zwar in Australien aus Eukalyptus-Holz und je nach Länge kommt dann eine bestimmte Tonhöhe raus und das wird mit einer speziellen Atemtechnik geblasen. Man kann damit Dauertöne blasen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020